Sag mal immer einen Satz dazu. Wie verstehst du dich mit Wolfgang Schäuble? Sehr gut. Der Mann ist knochentrocken, hat einen unglaublichen Humor, den man nur verstehen kann, wenn man auch Angela Merkel versteht. Wie verstehst du dich mit Petra Pau? Sehr gut. Macht ihre Arbeit exzellent und man glaubt nicht, dass sie bei den Linken ist. Wie verstehst du dich mit Claudia Roth? Extrem gut. Wir kennen uns seit 1972. Wir waren beide bei den Jungdemokraten. Viele gestandene Politiker in Deutschland, ihre Karriere bei den Jungdemokraten wird gonnen. Das hat mich wirklich gewundert. Auch Björn Engholm, Günther Verheugen, Matthäus Mayer und andere mehr. Claudia Roth hat eine extreme Herzlichkeit. Und ich mache es jetzt mal ganz freundlich, damit das nicht falsch klingt. Man muss gelegentlich vor ihren Umarmungen fliehen. Weil man ansonsten Atemschwierigkeiten bekommt. Hans-Peter Friedrich. Man glaubt nicht, dass der in der CSU ist. Weißt du, dass ich jetzt... Nicht weiter rechts, sondern man glaubt es wirklich nicht. Und wenn man den im Präsidium, wir reden ja im Präsidium wirklich offen miteinander, war ja auch sehr vertraulich, wenn man den über die CSU und die CSU-Größen reden wird, dann sagt man, Hans-Peter, wenn das jetzt nach draußen dringt, dann ist deine Karriere beendet. Weltweit beendet. Ja. 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 Ja.